Seid gegrüßt, Volk! Herzlich willkommen zu einer Theorie oder eher zu einer Erkenntnis, die ihr hier zum ersten und zum letzten Mal hören werdet. Es gibt nämlich eine geheime Zelda-Serie, die viele kennen, aber gleichzeitig auch nicht kennen. Viele von euch denken nun, dass ich von der berühmt-berüchtigten Zelda-Serie rede mit Aber nein, die meine ich nicht, denn die ist doch bekannt, ich rede auch nicht von den legendären CD-i-Games, dessen Existenz am besten gar nicht anerkannt werden sollte. Ich spreche von einem Helden, der unfassbare Abenteuer erlebt, aber bevor ich dazu komme, müssen wir nochmal kurz die Grundlagen von Zelda checken. Die Franchise ist dafür bekannt, dass die Seele des Helden immer wieder erneut in Gestalt von Link auftaucht. Zelda hingegen trägt das Blut der Göttin in sich und meist werden diese beiden von noch einer finsteren Macht begleitet, die sich aus dem Fluch des Todbringers bzw. dem Mais bildet, unabhängig ob es nun Viran, Vati, Gernendorf oder sonst weiss. Begleiter kommen in der Regel auch nicht zu knapp und auch das müssen wir im Hinterkopf belassen, denn unser Held in der Serie hat ebenfalls einen Begleiter bei sich. Und auch in dieser super geheimen Serie trägt der Held wieder das gerühne Gewand, hat einen Begleiter, eine Prinzessin im Fokus und der Bösewicht ist kein anderer als Gernendorf. Okay Leute, jetzt macht euch gefasst, ich enthülle euch die geheime Serie mit dem Helden, seinem Begleiter Gernendorf Zelda und vielen anderen Randfiguren. Die Serie erschien am 11. August 1991, lief auf einem der bekanntesten deutschen Kinderschannel und läuft unter einem Decknamen, um die Zelda-Serie nur für Hardcore-Fans sichtbar zu machen. Doug Fahni Einige werden diese epische Zeichentrick-Serie kennen und sich nun verstört fragen, was es mit Zelda auf sich hat, aber das ist wirklich, wirklich simpel. Doug ist der Protagonist der Serie und hat einen Hund namens Porky. Doug trägt ebenfalls ein grünes Gewand und eine braune Hose, also ganz genau so, wie es der Held stets in seinen Abenteuern tut. Wer nun aber denkt, dass Doug einfach nur ein 0815-Typ ist, der mit Alltagstuff zu kämpfen hat, der irrt sich. Denn auch in seinen Gedanken ist er stets im Kampf gegen das Böse und sieht sich dort als Heldenfigur, die er selbst als Quailman bezeichnet. Nachdem wir also nun den Helden mit grünem Gewand und der Seele des Helden ausgemacht haben, fehlen noch die restlichen Charaktere. Tingle könnte eine Form von Skeeter dabei sein, der Doug stets unterstützt und eine ähnliche Farbe teilt, aber viel wichtiger ist Prinzessin Zelda Zelda, die das Blut der Göttin in sich trägt, ist in dieser Realität eine sogenannte Patty-Mayonnaise. Patty hat, wie auch Zelda, blondes Haar und ist im Fokus des Helden, diese stets zu beschützen und zu retten, wenn es denn nötig ist. Bevor man rettet werden muss, fragt man sich? Natürlich vor dem Bösen, welches aus dem Fluch von Demise im Todbringer entsteht. Hier ist es Ganondorf, aber genannt Roger Klotz und auch hier sind die Parallelen mehr als deutlich. Beide haben eine grünliche Haut, orangene Haare und stellen den Antagonisten dar. So wie es von Ganondorf steht, das Ziel ist, Zelda gefangen zu nehmen und das Trifor zu extrahieren, so ist auch Roger darauf aus, Patty für sich zu beanspruchen. So ergeben sich auch verzweifelte Kämpfe, in denen Roger seine wahre und mächtige größere Form zeigt, wie auch der originale Ganondorf sich zu Ganon verwandeln kann. Aber auch Roger ist nicht alleine und hat seine Dämonenarmel natürlich dabei, darunter ein Hinox, dessen Name mir eigentlich gerade nicht einfällt, der ist aber auch relativ wurscht, weil das Ding irrelevant ist, da sein Auge ohnehin für seine Gattung Hinox steht. Nun kennt ihr dieses großartige Geheimnis, die geheime Zelda-Serie und vermutlich werde ich jetzt gejagt werden, weil dies stets unter strengstem Verschluss stand und niemals, wirklich niemals ans Tageslicht hätte kommen dürfen. Aber ich habe alles dafür getan, dass diese Wahrheit jetzt ans Licht kommt. Die geheime Zelda-Serie, sie ist nun bekannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich kommt bald wieder mehr Content. Schaut mal nach den Links in der Beschreibung und wir sehen uns zum nächsten Mal und einen wunderschönen 1. April. Übrigens hat mein Kater heute Geburtstag Stöpsel und das ist kein April-Scherz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017